Machen wir die halt? Machen wir die halt, ne? Und damit ein herzliches Willkommens zu einer neuen Folge. Wir haben mega Bock auf die Map. Ja, mal ein bisschen mit dem Uran rumzuspielen. In Worms. Hallöchen. Jetzt musst du kurz erklären, warum du Uran meinst. Ja, also meiner Meinung nach sieht es ja so ein bisschen nach so einem Atomzeichen aus. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber... Ja, hat was in die Richtung. Und wir haben die Map so ein bisschen ausgewählt. Und ich denke mal, das werden wir auch dazu zeigen. Und dann hat sie halt random geklickt. Und wir waren nicht so ganz begeistert davon. Mir ist gerade aufgefallen, dass alle meine vier Würmer in einem Quadranten stehen. Das hat geklappt. Das ist einfach nur herzlich. Ähm, jo. Und du bist mit dem Sinn in den einen Quadranten. Ja, aber Glebens kann sich diesen Quadranten voll sichern. Ja, oder ich krieg richtig aufs Maul. Weil alle meine Würmer nah beieinander stehen. Du sollst ab. Ja. Weil du unten mit dem Quadranten bist. Warte mal, das ist meine. Oh Mann, das könnte lustig werden. Aber... Auf jeden Fall wird diese Karte auf dem Sunfilen auffallen. Ja. Würde ich, würde ich mich jetzt mal ansprechen. Ne, Mann, das fällt nicht in Ordnung. Parptechnisch. Wie komme ich jetzt hier hoch? Gluck, gluck, Sinnning. Mann ist der fett, ey. Nerdet mich auch. Also ich ist... Weiter. Boah, ganz knapp nicht geguckt. Aber ein schöner Flug, so denkt man, ein schöner Flug. Boah. Da will ich hin, Alter. Zwei Waffenkisten. Aufschießen. Hallo. Mein Gott, das hat's fast nicht ausgewählt. War Lukas nicht immer derjenige, der das Stadträck nicht bedienen kann? Nein, gut, gut. Ich war der, der das da nicht bedienen kann? Nein. Okay, okay, ist gut, ich mach's so. Oh, was haben wir denn hier? Netzes. Nice, ey. Du könntest mit dem Seil drüberhängen. Machen wir das mal simpel. Äh, das ist irgendwie... Und, Sinning kommt jetzt zu dir, ne? Ja, egal. Das ist noch okay, weil er noch am Leben ist. Der Schöne ist, beide eingeloggt. Eingeloggt? Jetzt kommt er wieder mit seinem Eingang. Oh, Sinning kriegt, glaube ich, vielleicht besser. Sinning, das wäre aber nicht gleich grün von, halt. Ja, keine Panik. Oh Mann, ey. Boah. Aber das klappt ja richtig gut. Pa! Pa! Uff. Opfer. Oh ja, das war richtig unverlässig. Dr. Medic kann den Rest machen. War das jetzt eine Ansprache an mich, oder? Ja. Nein. Ja stimmt, ich kann halt echt den Rest machen. Boah ey. Steht das so? Ne, du machst einen Scheiß direkt. Warte mal. Das Zirpen im Hintergrund, das macht einen richtig müde. Was für ein Tier im Hintergrund. Ach so. So ein schönes Grill in Zirpen. Ja, viel Spaß, Alter. Komm ruhig her, mach dein verkacktes Gift, Alter. Was? Du hast einen Millimeter und du kriegst vom, äh, von meinem berühmt-berüchtigten Gissel-Brain um die Nacht vom Geschütz. Letztes Mal, als ich das Geschütz gesetzt hab, hast du dich aber ganz schön aufgeregt. Das war ein komisches Positioning von der, ja. Ich glaub, ich werd hier als erstes groß verdienen in der Runde. Ich würd sagen, Lukas findet das auch verdient. Ähm. Der? War gut. Die war nicht so schwer. Der war gut. Ja, trotzdem. Der hätte auch wieder zurückfliegen können. Den fand ich auch schön. Endlich mal zufrieden mit sich. So, ähm. Endlich mal. Endlich mal einen Wurf geschafft, Alter. Es ist ja... Ja, ganz bestimmt. Ach du Scheiß, was haben wir denn hier? Ich stimme dir aber zu, diese Musik ist sehr entspannend. Ey, das hat Sinten, äh, Lothemens gesagt. Das hab ich. Egal. Ja. Denning. Gut. Wie sinning, ich bin dran. So, äh, was haben wir denn hier noch? Ja. Man kann, glaub ich, erklären, warum sinning. Oh, ich hab überhaupt gar keinen Plan, was ich hier noch machen soll, sondern... Irgendwie gibt's nicht so was Kreatives, so. Könnt man noch machen. Komm, ich fliege hoch zu Max. Oh, nein. Ja! Das ist gut. Ja, ähm. Das ist sehr gut. Das ist gar nicht gut. Doch, das ist gut. Ich mag es. Ich mag es, move es, move es. Im Atom-Schutz-Bunker. Im Atom-Schutz-Bunker. Na komm. Nein. Hä? Nice. Einfach mal verarscht. Du bist ein, zwei. Wir haben Kontakt. Wow, war das? Das war richtig ein schöner Move. Jetzt das Geschütz darstellen. War aber auch. Jetzt soll das Geschütz darstellen und wäre es halt echt top. Okay, sinning verdient's schonmal nicht zu gewinnen. Ganz ehrlich, ey, guck dir den Wurf an. So bad. Ja echt, also so richtig schlecht. Hm. Also, sowas schlechtes habe ich noch nie gesehen. Jetzt muss ich das wieder machen, ne? Nein, Gott. Sinning, echt auf dich ist kein Verlass, weißt du das? So lächerlich. Ich hab halt, ich spiel's mit dem Seil. So viel mit den Granaten. Mehr nicht. Nein, ich hab auch kein Skill mit den Granaten, ey. Das haben die letzte Folge gezeigt. Sinning, es tut mir leid, ne? Aua, aua. Mann, so weh. Ja, hast du jetzt eigentlich den Boom auch geschadet? Halt echt, oder? Ja, klar hab ich meinen Boom auch geschadet. Wow. Toller Zug. Bevor du da jetzt... Bevor du da jetzt... Bevor du da jetzt die aufeinander... Er ist ein Sinning. Der fliegt eh direkt in der Runde raus. Okay. Hab ich auch ihm gerade gesagt. Was ist das denn? Hallo Mini-Wurm. So. Warum ist dein Wurm da unten drin? In dieser Spalte? Ich dachte, warum ist dein Wurm noch nicht auf die Idee gekommen, bei Zewon und bei Babu mal mit Ägypten durchzugehen? Oder warum Lukas eigentlich auf die Idee gekommen ist? Der sagt, weil du am alten Leben hast. Clemens, warum ist dein dick... Clemens? Leck mich fett. Warum ist dein dicker Wurm da unten in der Spalte drin? Ah, Mann, jetzt fehlt mir Zeit, ey. Scheiße. Können wir die Ritze nennen? Ja, ihr könnt mir auch Ritze nennen. Kommt ausgleich hinaus. Okay. Er holt sich den Easy-Frag einfach mal an. Ja, jetzt ist er echt lächerlich. Der kleine Wurm hat nicht genug Damage gemacht, oder? Ach, Scheiße. Nein. Mr. Sporty wird sich rächen. Nee, das ist einfach los. Nee, das ist einfach los. Nee, Quatsch ist er gar nicht. Da drüben, da ist die rote Bedrohung. Jaja, sowieso. Ist mir schon klar. Ja. Hier, über dir, ist ein Wurm, den du mit einer Rote wegkriegen könntest. Und zwar safe. Und der kriegt noch Gift oben drauf. Jetzt halt mal die Bubble. Das same. Halt mal die Bubble, verstehst du? So, ähm. Er macht halt wirklich die Easy-Frag, anstatt dass er einen Safe-Kill macht, ne? Ja, also echt. Das war ein schöner Wurf. Ja, der war echt neu. Der war nicht schlecht. Für mich zu. Ja. Wenn irgendwas mal trifft, trifft, trifft. Ja, trifft. Nein, das ist richtig. Wenn irgendwas mal trifft, sagen wir direkt immer, oh, was ein Wurf, was ein Wurf. Der war geil. Ja. Ja, aber bei mir war das echt schon nicht schlecht. Weiß, ich hab jetzt halt das Feld für Sinning frei gemacht sozusagen. Jetzt hat er freie Schussbahn. Ja. War schon. Tolle Taktik. Jetzt legt ein Ei. Er legt ein Ei. Kein Ei legen. Eier sind böse. Eier geben mir zu viel Protein. Okay. Dann leg ich nur das hier. Du weißt schon. Oh, die rollt runter. Das ist ein indisches Ei. Es hat eine Eier noch nicht hinlegen können. Aber war zum Glück ein mittlerer? Kleiner? Was auch immer. Normaler. Was setzt du hin? Warnen. Wurmwurm. Ja, die eine Wurm verreckt er halt einfach in der Ritze. Aber gut. Ja, was soll ich denn machen? Ja, wechseln? Ne. Dafür sind die 30 Sekunden zu knapp. Safe. Warum ist der jetzt dran? Weil er Glück hat. Außerdem, wie soll ich den Fetten überhaupt aus der Brücke rausgehen? Na ja, dafür leidest du umso mehr um. Huiiii. Wow, durch mein Bild ist einfach gerade irgendwie so ein Rekrutierungszettel durchgeflogen. Seht ihr auch diese komischen Zettel, die hier teilweise rumfliegen? Ja. Müsst ihr mal lesen, was da drauf ist. Ja, die ist verschwinden aber immer. Müsst ihr mal gucken, was da drauf ist, weil irgendwie krieg ich das nie hin, das zu lesen. Naja. Ja, du machst ja auch ein NRW-Abi. Der wird halt... Der ist halt echtes Fett. Der ist halt echtes Fett. Ich war... Ey, ich krieg einen Potsen hier. Da ist er wieder. 30 Sekunden. Das ist mir zu wenig. Okay. Ist halt falsch rum. Na, war da was Schönes drin? Banana. Oh Gott. Oh Gott. Stress. Stress. Dynamit. Und weg. Boah, der kommt sogar perfekt, das Dynamit. Boah, war das geil. Boah. Und noch auf seine Würmer. Fuck. Top. Du hast die Wunder noch mitgegangen. Toppi top. Fuck. Fuck, 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 fuck. Und der nächste. Jawoll. Oh, das ist so ein typischer Clemens Wurm. Ja. Clemens Wurm. Ja, alles klar. Ja, Alex kennt sich übrigens mit Clemens Würmern aus. Clemensistische Würmer oder was? Hä? Was redet ihr? Ich ignorier's doch einfach. Mach's doch so wie ich. Ähm. Wieso lebt der noch, ey? Der hätte sterben müssen. Dann hätte ich jetzt diese Kacke hier. Dann wär das alles meins. Alles meins. Oh man, ich kann das nicht. Aber du kannst runter. In den untersten Flügeln. In den untersten Quadranten. Und dann kannst du da die Küsten aufsammeln. Ja? Geht das überhaupt? Das ist eine gute Idee. Das geht nicht. Wenn jemanden gibt, der auf Kisten achtet, ist das dann die Küstenwache? Ohhhh. Fällt da dir überhaupt nicht ein, ne? Oh, der hat auch noch den Witz versorgt. Ne, ernsthaft. Mal ernsthaft. Was würdet ihr hier machen? An der Posi? Naja. Ungefähr das, was du am Anfang probiert hast. Ja, aber da kommt man halt nicht hoch, ne? Man kann ja nicht schwingen. Das ist das Problem. Also den Jetpack hat man braucht, oder nicht? Ja, aber Jetpack benutze ich jetzt nicht für einen Neunerwurm als ob. Naja, hätte ich auch nicht gemacht. Also mit dem Seil. Ich glaube, irgendwie kommt man da hoch. Fällt einfach wieder scheiß Positioning, ne? Du hast doch das so hinbekommen, dass ich da nicht runterfalle. Runterfallen wäre sogar noch viel besser gewesen. Hey. Kein Flafen. Wenn wir jetzt nicht kommen, nicht zu sterben. Ja, das ist auch ne gute Sache. Überleben. Mir ist es eigentlich so vollkommen egal, was da abgeht. Warum hab ich nicht gewechselt? Ah, ich voll die Tür. Ja. Ich hasse mein Leben. Das ist übers Beste. Ja, alles klar. Was wär das? Fühlt er sich den Easy-Frag? Ich wär's nicht mehr. Oh, da hat's nur 20 Schaden gemacht. Das ist aber ganz blöd. Und da trifft er nicht. Oh, wie. Oh. Und jetzt, jetzt kann man da ne Mine reinwerfen. Und ne Granate. Und das wird halt ein Double-Kill. Oh. Und Sinning hat da oben die Posi für sich. Die blöd ihm. Eindeutig. Eindeutig. Aber so eindeutig. Durch deinen Move jetzt sowieso. Alter, wie kannst du auf mich gehen, wenn du weißt, dass er da zwei Würmer in einer viel besseren Position hat? Ja. Oh, Mann. Was ist das jetzt? Clemens. Was sollst du da an? Du kannst einfach gegen die Wand ballern. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Ich werd nicht mehr, ey. Ich bin raus. Kapitulation. Puh. Hier alle in der Aufnahme. Er meint diese Wand. Diese drei Millimeter. Welche Wand? Die war dick. Die war dick als mein Wurm und deswegen dachte ich komm ich da nicht durch so. Ja. Guck mal. Da kann man jetzt mal eventuell, ne? Zu Mitteln greifen. Du. Du Jetpack. Genau. Und 15 Sekunden. Du kommst noch nicht mal da. Er kommt da. Und Max kriegt auf die Fresse. Ja. Max klopft Max weg. Für den können wir sogar, ne? Investieren. Wird da auch nicht mehr weg. Ja, egal. Auspusten. Ach, 15 Schaden. Jamoin. 15, überleg mal. Ja, mach mal kurzsinnig Hallo gesagt. Richtige Kranke. Du Arsch. Du Arsch. Wie viele Ein-Neebenwürmer da oben sind, ey? Jetzt kommt der Double-Kill, der obligatorische Double-Kill. Das gibt ein Triple Kill, das weißt du schon, ja. Ah stimmt, das könnte auch gehen. Oh. Ja jetzt wird's aber, ja. Ne ne, der bringt sich nicht selber um. Ja er kann danach nicht verflüchten. Die rollen jetzt dahin und dann schiebt der eine den anderen hin. Ne, ne, das wird alles funktionieren. Ja, ich weiß nicht. Oh, Doktor. Ja, wegen ihr GIF. Achso. Na gut. Ja, mehr oder weniger gut gemacht. Ja, du lebst doch noch. Ja, weil das Gift kann einen nicht töten. Ja, es ging doch nur darum, ob du überlebst oder nicht. Ja, das tu ich. Ich hatte halt gehofft, dass der eine Wurm zuerst drauf geht, den anderen hochschiebt und dann... Ja, boom. Muss aber noch dein hässiges Geschätzchen ausschalten. Das habt ihr mir doch mal gemacht. Als Geschenk. Das ist richtig. Zu wenig Schaden. Binning hat leider den besten Quader. Ganz knapp, aber egal. Ja, leider Gottes. Ja, muss ich mir hart um Kämpfen mit Arten. Ja, ich würd sagen, das machst du mich. So, next try. Nein, nein Stopp, scheit ihn nicht aus. Weil, weil das ist halt echt dumm. Scheit ihn nicht. Oder probier das, was du gerade vorhast, weil du wirst eh scheitern. Wie mach ich dat? Geht zwei. Zwei Sekunden. Au. Scheiße. Ich dachte, das wird doch ne lange, ne sehr lange Nacht. Alter, es gibt's doch nicht. Lass einfach ne Granate runterrollen. Ist jetzt die Frage, geh ich auf Alex oder Clemens? Auf Alex oder Clemens? Dann mach ich jetzt nur den Wechsel. Alter, ich bin das Kotze. Na, ich glaub. Also, Lukas, wenn du jetzt ne relativ große... Alter. Ja, komm, ganz ehrlich. Denkst du wirklich, Clemens kriegt das hin gegen Sinning zu gehen? Wo ist die denn? Die scheiß Schrotze. Mein Gott, ich hab das Bild nicht drin. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Drei. Nice. Wirklich. Durch den Boden, oder was? Ja, wär schade. Wenn es gegangen wäre, dann wär's nice. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Du bist so ein Arschloch, Alter. Du hast Clemens selbst gerade in die Runde geschickt. Clemens! Hallo? Oder mich selber, ja? Ich mein, Clemens braucht noch ein bisschen... Clemens braucht noch ein bisschen, bis er mich weg... Ja, eben. Und in der Zeit könnte ich ihn vielleicht auch fertig machen. Und was Sinning jetzt macht, ist jetzt die große Frage, dass wir das Geschütze ausschalten. Profis. Das Gute ist, ich kann keine Granaten schmeißen. Ja. Die landen wahrscheinlich bei meinem eigenen Granatentrichter. Oh. Knappe Sache. Na ja, weiß nicht. Ähm. Ich dachte, wenn man ins Wasser fällt, kriegt man keinen Fallschaden. Doch. Also weniger. Von der Höhe manchmal ab. Du kriegst immer noch. Okay. Gut. Ja genau, genau das hast du gedacht. Alex, dein Quader. Ja. Alter, wie safe macht. Ja, natürlich. Klar. Ja, hast du ja gesehen. Ich brauch das ja. Ich dachte, das wäre eine Parabellum. Das sah ja so ein bisschen aus wie eine Parabellum. 60? Das war eine Uzi, Alter. Ja, ja. Dann hast du 60 Schaden gemacht? Ja. Fetter und Uzi. Das macht schon Schaden. Ja, ja, klar. Du bist fett, Alter. Ja. Soll, Alter. Ich räum den Jungen jetzt weg. Einfach gegen. Einfach um. Einfach um. Einfach um. Einfach jetzt dagegen. Sag dir, ja? Ja. Einfach da jetzt auf das. Nein. Ja. Nein, 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 da hat er nicht hin. Ach du bist da. Das ist genau das, was ich prophezeit habe. Weißt du jetzt? Jetzt hast du da bumm und der ist weg und alles kaputt. Ah, schade. Ach, ich bin tot. Oh, Lukas. Für diesen Nachstoff-Move, dass du mich mal wegmachen wolltest, du einen Clemens da halten. Ich ratze das immer noch nicht. Denkst du wirklich, Clemens kriegt gegen Winning irgendetwas auf die Kette? Hallo? Dann denke ich, mach ich zuerst zu Clemens auf und lass ihn einfach drei, vier Züge und ein paar Granaten drüber schmeißen. Ja, ich muss erstmal die Scheiße da weg sprengen, sodass ich hochkomme. Die Wand bei mir ist ziemlich dick. Ja. Wenn ich mich auf einen kriege. Boah. Du hast halt die beschissen gute Posi, ne? Ja, das stimmt. Erstmal geschützt placed. Nice. Funfair-Ticket steht da drauf. Oh, nice. Jetzt habe ich es auch mal irgendwann gereiht, Alter, ey. Okay, Alex. Wir greifen den jetzt an. Alex, ich hatte in der Kiste ein Ninja sein. Alex, das wird zwei Fronten Krieg. Für ihn. Das schöne ist, Alex kann sich jetzt die ganzen Sachen unten holen. Zeit hast du echt noch genug, Alex. Nee, 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 nee. Ich würde es nicht mehr machen. Der macht das echt noch. Wenn, dann jetzt. Klar, logisch. Ist der verrückt? Vielleicht gibt... Alter, drei Minuten, er ist mit jedem Zug dran. Wow! Aber... Hä? Mach das doch jetzt einfach! Was machst du denn? Ja, er ist nicht besinkommen. Ich hab doch den... Ich wollte schon sagen, ich hab doch den... Er hätte die dünnere Wand nehmen müssen. Ja, das auch. Aber warum ist der jetzt nicht einfach... Warum hast du jetzt nicht einfach die Sachen geholt? Warte mal, die dünne Wand konnte ich nicht nehmen, weil dann käme ich nicht mehr zurück. Ich hätte sie einfach autodeportieren können. Vielleicht. Hm. Na gut. Eventuell. Komisch. Keine Ahnung, was der Plan ist. Aber er ist schlecht. Aber er ist schlecht. Warte, Clemens, Clemens! Stopp, stopp, stopp! Oh, schlecht. Wie soll ich fließen? Du hättest... Du hättest dich unten durchschießen sollen, damit du dann auf den... Auf Alex fließen kannst, wenn... Wenn er dann da die Sachen holen will. Und Sinning noch... Und Sinning noch den Sieg schenkt. Ja, ja, mein Gott. Sinning hat doch sowieso gewonnen. Ist ja so wie jetzt schon klar. Weiß ja nicht. Er hat nur einen rum und der andere ist Lowline. Ja, was... Manns! Ja, das... Alter, Sinning. Das ist doch... Das ist doch... Also das heißt, wenn ich ganz oben schmeiße, sollte das sogar oben hängen bleiben bei ihm. Ja. Das ist nur die Granate. Aber das Problem ist, das Ding ist nur ein Zug aktiv. Nein, dauerhaft. Dauerhaft. Nein, 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 nein. Dauerhaft. Lappe, dauerhaft. Pass auf, wir müssen weitergraben. Und... Untergeburt. Das war jetzt am besten. Oh, das wird jetzt nochmal spannend. Was? Loll. Das ist ein Tauber. Bro, it's just a prank, ey. Alter, nee. Habit der... Habit der... Ich will ja nicht sagen, aber... Habit der... Was? Ja, mit dem kann ich mir das Leben holen. Ja, oder mit dem anderen. Nehm ich auch wieder raus. Habitat. Ja, aber der kommt... Der kommt nicht... Ach, mein Gott. Bisschen Beheilung vielleicht? Jetzt links durchschießen! Oh, das... Mal, das kann ja nicht sein. Lukas? Was? Ich hab's nicht losgelassen! Wieso hab ich die ganze Zeit losgelassen? Wieso hab ich die ganze Zeit losgelassen? Ach du Scheiße, ey. Ach du Scheiße, ey. Der Bum ist tot! Geil! Ich hab's... Ich hab's wieder verkackt! Ey, das gibt's doch nicht. Nein, der ist noch nicht tot. Natürlich, das Wasser steigt doch gleich. Eine Minute dreißig. Du kannst doch nur locker retten. Ja, locker. Mit drei Würmern. Bestimmt. Ach du Scheiße, ey. Naja, was ist denn jetzt los? Wir müssen jetzt gehen! Ah, ey. Warum lass ich den nicht erst los? Das ist die große Frage. Danke. Das fällt gleich runter und schließt mich. Du darfst da nichts drauf schießen, ne? Das geht sofort direkt an den Absender. Aua. Yay. Ja, das ist ein Problem. Verpiste sich einfach. Ich muss leider auf Ardex gehen. Ja gut, eine Minute und elf, ne? Eine Minute und zehn. Also es ist nicht mehr so ganz viel Zeit. Alter, ich krieg so's Kotzen grade, wisst ihr das? Das sind noch genau zwei Züge. Und ich glaube, dass sogar Clemens Wurm ein bisschen ertrinken wird. Ah, nicht ganz, Alec. Der wird sowas bald ertrinken? Ja. Rechne da nochmal, Alec. Ich bin noch einmal dran mit einem anderen Wurm. Wer anders ist dran und schon der Sau fährt. Ja, schön nochmal, ähm. Ich muss das gleich nochmal anders probieren. Sie hat das Medic geholt. Exakt. Das ist einfach nicht. Meine Inkompetenz kennt keine Grenzen. Hast du keinen Wechsel? Nicht da drauf schießen. Nicht da drauf schießen. Alter, wir können keinen Wechsel haben. Nicht da drauf schießen. Oh mein Gott. Die wird doch wohl nicht abgeschlossen. Die wird auch abgelenkt. Ernsthaft? Versuch's einfach mal. Ich bin nicht ganz sicher. Probier's nicht aus. Die Banane weiß ich nicht. Bei der Basika weht mir sicher. Und bei den Kanaren? Der weiß es bestimmt, aber sagt's nicht. Oh Gott, ich wollte eine Sekunde ein... Ja. Okay, Alex, du hast recht gehabt. Das ist das erste Mal, dass ich so einen Scheiß Satz bringe. Du hast recht gehabt, Alex. Wow. Alter, ich verkack ja jeden Zug mit Gravur. Boah ey, das war jetzt schon ein richtiger Topfuch. Ich krieg ein Abzeichen fürs Verkacken. Das meine ich damit. Ja. Hast du das echt bekommen? Auf Steam oder so? Mit G. Mit G. Gravur. Ah, jetzt ist die Zeit abgelaufen. Nee, hab ich nicht. Aber ich hab jetzt zwei meiner drei Würmer getötet. Das ist schon echt ziemlich Premium. War das nicht gerade dein letzter? Nein, er hat noch einen Zehner. Aber guck mal, da kommt das Manny. Alter, ich krieg das Kotzen ey. Ah, die Dinger bleiben echt nicht mehr dauerhaft dafür. Wow. Hab ich doch gesagt. Ja, was ist denn? Ich hab bei dem... Denkst du, ich kann mit seinem... Ja, du hast eins gesagt, Alex. Denkst du, ich kann mit seinem bringen? Boah. Und jetzt, was machst du jetzt? Ein Brenner. Oha. Was haben wir denn noch alternativ? Ja, ne, ne? Normalerweise ist halt jetzt der Rechts dran. Da ist er ja auch. Und er hat schon den Wohnwechsel aufgegeben. Dumme Sache. Dumme Sache. Was hast du eigentlich für die schöne Waffen so eingesammelt? Was würde mich jetzt wirklich interessieren? Eigentlich nur voll die Scheiße. Also eben gerade mal eine Schrotflinte drin. Heimpf. Hm. Clemens, wenn du dich jetzt gut anstellst, kannst du Sinnings letzten Wurm da oben wegkauern. Nix. Also jetzt nicht, nicht jetzt direkt, sondern im nächsten, übernächsten Zug. Ja, die Seile sind ja auch schon gar nicht mehr so schlecht aus. Ich bin echt so gespannt. Denn Lukas verkackt beim Fatpack. Clemens verkackt beim Waffenwerfen. Ich verkacke beim Seil. Gewinn das noch, Leute. Ich gewinne das. Und wo verkackt Sinning? Jetzt kommen sie von allen Seiten. Oh, jetzt ist eingebrochen. Oh, jetzt da, Baysy und dich da rüberkloppen. Nur einfach ein Geschütz aufstellen. Dreh dir aus und zu. Ich hab kein Geschütz mehr. Ach stimmt, du hast das ja für mich ausgegeben. Das juckt ihn ja auch nicht. Weil er im Prinzip dieses Geschütz einfach ignorieren könnte und sich... Ich glaub die Kiste ist eher schlecht für mich. Boah, jetzt kommt der absolut Kamikazenzug. Jetzt, heilige Hand kann halt da hin und gut ist. Er kann halt, er kann halt jetzt wirklich einfach Kamikazen machen. Oder noch mal ein Jetpack. Nein, jetzt bin ich gespannt. Das ist die heilige Riene. Okay, das ist ein safe kill. Du hast nur noch 5 Sekunden. Ja, der hat 40 Schaden. Das heißt, ich bin tot. Ja, eigentlich ein sehr schöner Move. Bye bye. Hi. Ich glaub, ähm, ich hab verkackt. Ja. Meisterfreundschaden ist schonmal safe. Ja. Denk ich auch. Da muss ich gar nicht für denken, das ist einfach klar. Das war eigentlich eben gerade da drin, ne? Bei Clemens Kiste? Ja. Da war ein wunderschön Sticktier. Ah. Interessiert mich nicht. Nicht so, nicht so, nicht da hochlaufen. Nein, ich will nicht weiter nach oben. Boah, Alter, kannst du aber trotzdem auslösen, glaub ich. Ja, schön für deine Banana. Wenn du die jetzt richtig würdest, ne? Ich glaub, ich hätte ein bisschen weiter höher werfen müssen, ne? Um dich da... Ja. Ja, erstmal überspringen. Am besten du kannst sogar auch mit dem Kamikaze machen, das ist halt echt schön. Der hat mal bei... Warte. Kamikaze macht doch gar keinen Schaden. Nein, nein, Kamikaze Aktion, nicht Kamikaze. Er macht nicht das Kamikaze, sondern er macht das Kamikaze. Weil du hast denn... Ich... Ich... Das war's von vorne. Ein einziger, ey. Du, ey. Also das war echt schimmig scheiße. Das war voll... Ein einziger, wohl. Das war so eine Revanche hier auf ner vernünftigen Karte, meine Güte. Das war so schlecht. Ich verlange eine Revanche. Das war so schlecht. Wirklich? Wir kommen jetzt in die Uhrzeit, wo ich meine geilen Holy schmeiße. Oh, bitte nicht. Ey Leute, ich hab den höchsten Durchschnittsschaden, ja? Das... Das muss man mal unterstreichen, ja? Ja. Und wahrscheinlich den meisten für meine Freunde dann zwischendurch. Meister Freundschaden ist auch dabei. Meister Freundschaden? Genau. Ja, ja. Und der Durchschnittsschaden setzt sich wahrscheinlich aus dem Freundschaden zusammen. Meister Littner Schaden ich. Ja. So, tschüss. Ob dann die heiligen Handgranaten kommen, das sehen wir dann. Tschüss.